Was für ein Albtraum. Ich war alt und hatte einen Schnurrbart und klang wie Frank Zander. Außerdem waren alle meine Freunde tot. Elysium war abgestürzt. Und ich habe die Pumia in die Luft gesprengt. Entsätzlich ein Bild des Grauens. Ich mit einem Kotzbalken im Gesicht. Na, ist ja alles wieder wie vorher. Ich kann es kaum erwarten, dem Schnuckihasi Toni davon zu berichten. Was? Ja gut. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen Reihenfolge von Deponia 4. Deponia Doomsday. Ja gut. Ja, haben wir dann wohl Glück. Sind wir doch nicht ganz so sehr verarscht worden von Dedelec. Aber warum jetzt Toni? Also, du bist verwirrt, weil die Elysianerin hieß Goal. Und Toni war seine Freundin davor, die wir im allerersten Teil kennengelernt haben. Jetzt ist die Frage. Ist das jetzt noch vor dem Ganzen? Also ist Deponia 4 jetzt vor Deponia 1? Was wieder eine geile Referenz wäre für diese ganzen Star Wars Teile. Was ich gerade meinte. Das wäre ja richtig meta. Oh hier. Knickerfolge. Knick, 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 knick. Nicht hingucken, sie hält mich sonst nur wieder tagelang von der Arbeit ab. Nicht hingucken, sie hält mich sonst nur wieder tagelang von der Arbeit ab. Knickerfolge aus dem Postbüro. Was hatte ich damit noch gleich vor? Ach egal. Ich lasse sie einfach hier, bis mir wieder eingefallen ist, wofür ich sie brauche. Nehmen sie mit. Vielleicht musst du damit ja die Ersatzpostkatzen aus dem Ersatzpotskasten katzen, äh Katzenkasten holen. Und dann in den Ersatzpostkatzenkasten Ersatzbehälter tun. Man weiß es ja nicht. Das Feuer ist aus. Kein Wunder, dass ich von nuklearem Winter geträumt habe. Das Feuer ist aus. Kein Wunder. Damit habe ich meine Raketenharpune zusammengebaut. Obwohl, Moment, das war auch nur ein Traum, oder? Ach, ist das alles verwirrt. Oh Gott, wollen die das jetzt so dastehen lassen, als wenn wir das alles geträumt hätten, die ersten drei Teile? Oh Leute, das macht mich wahnsinnig. Das hat aber auch schon wieder eine gewisse... Hier hinten blinkt doch was. Oder bin ich jetzt blöd? Hier war doch gerade eben was Rotes. Ha, da. Nicht geblinkt, aber war ein Käfer. Puh, bin doch nicht ganz so blöd. Gut. Damit habe ich Obwohl, das war auch... Ach, was ist das? Ja, gut, gut, gut. Nimm mit. Lass sie einfach hier. Wie kann man denn Knickerfolie da lassen? Ja, macht sowas, Banause. Dann macht den Ofen dazu erstmal. Äh, bitte was? Ballon? Ja, da haben wir auch schon zwei. Na? Ganz große Verschwörungen, Rufus. Ganz, ganz große Verschwörungen. Musst du lieber aufpassen hier. Stimmt. Stimmt. Das letzte, was ich an meiner Mongolfiere brauche, ist Ballast. Das Zeug ist nur für die Optik. Das letzte, was ich an meiner... Ja, ja, ja. Ich glaube, das letzte, was er an seiner Mongolfiere braucht, ist Last. Bin mir aber auch nicht so sicher gerade. Nein, ich habe die Lasso-Nummer lange genug geübt. Wenn ich das nächste Mal werfe, dann um etwas zu fangen. Nein, ich habe die... Wenn Tony nicht will, dass ihre Gläser kaputt gehen, warum hat sie sie dann so demonstrativ aufgestapelt? Weiß ich auch gerade nicht, du. Schade, ich dachte, vielleicht kann ich die anrempeln, wenn ich dran vorbeigehe. An der Arbeit. Nein, stopp. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. In meinem Traum war es genauso. Ich hatte die Knickerfolie vergessen. So ist letztlich alles in die Brüche gegangen. Tony war so wütend, dass wir uns schließlich getrennt haben. Und dann habe ich eine Verschwörung des Organon aufgedeckt und eine Revolution gestartet. Nemo an mich selbst. Vor dem Einschlafen nicht mehr am Gummirstift lutschen. Naja, guter Hinweis. Nimmst du sie jetzt mit? Danke. Nett von dir. Lassen Sie mich prophet, ich bin durch. Ach Gott. Schade. Naja, nun sind die Gläser auch kaputt. Was soll's. Ne? Naja. 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 Armin. Sei gegrüßt. Herzlich willkommen hier. Ich glaube, ich sehe rosa Elefanten. Glück auf. Naja. Na, ich hoffe nicht. Abwohl, rosa Elefanten haben auch was Gutes. Das machen wir in der Softwareentwicklung immer mal gerne. Das ist nämlich so ein offensichtlicher Fehler. Ähm. Und da kann man dann ganz schnell die anderen einfach vertuschen. Hey, hallo. Sie können hier nicht parken. Macht aber trotzdem. So, hier hinten laufen Leute. Ist das jetzt wirklich noch vor die Punja 1? Ich geh kaputt. Hey, du da. Ist das doch Alu, Mann? Ne. Ist das deine Schrottlaube? Ja, aber bitte halte dich fern davon. Und von mir auch. Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Ja, da sind wir uns ausnahmsweise einig. Aber da du nun mal hier bist. Wer bist du überhaupt? Mein Name tut nichts zur Sache. Ignorier mich einfach. Würde ich ja gerne. Im Grunde darf ich nicht einmal mit dir reden. Zumindest, solange noch unklar ist, ob wir ins selbe Universum gehören. Ach, viel spricht nicht dafür. Jeder noch so kleine Kontakt muss unbedingt vermieden werden. Verstehst du? Kein Kontakt. Ne, klar. Sehe ich auch so. Aber ne, Alu, Mann kann es nicht ganz sein. Ich glaube, Alu, Mann war etwas fülliger. Was treibst du da eigentlich? Das möchtest du nicht wissen. Glaub mir. Unbesehen. Dann hör auf, mir Fragen zu stellen. Kein Kontakt. Das ist essentiell. Essen? Gerne. Auf geht's. Was hast du nur getan? Darüber darf ich nicht reden. Es... Moment. Was habe ich denn getan? Du hast beim Einparken die Gläser meiner Freundin zerdippert. Himmel, Herb hat noch eins. Weißt du eigentlich, was das bedeutet? Ich könnte eine Katastrophe apokalyptischen Ausmaßes ausgelöst haben. Ja, aber meistens fängt sie sich nach ein paar Tagen wieder. Du verstehst mich falsch. Ich rede hier von Ascheregen, Magmaflüssen, ewiger Dunkelheit. Ja, ja. Du kennst Toni, schon verstanden. Aber das macht die Gläser auch nicht wieder heil. Du hast recht. Ich muss etwas tun. Das meine ich aber auch. Lass mich überlegen. Überleg schneller. Eine Möglichkeit gäbe es da schon. Aber es wäre sehr gefährlich. Du willst doch nicht etwa... Ach, ich sehe. Du kennst Toni. Sei kein Narr. Es muss eine andere Lösung geben. Wenn es sie gibt, sehe ich sie nicht. Ich fürchte, mein Entschluss steht fest. Ich werde... Nein! Die Zeit zurückdrehen. Nein! Du... Was? Ach so, ich dachte, du willst dich entschuldigen. Aber dein Vorschlag klingt besser. Gut nachgedacht. Holla, bravo, Mensch. Ähm, vielleicht hast du mich nicht richtig verstanden. Ich sagte, ich werde die Zeit zurückdrehen. Da-da-da! Zeit zurückdrehen? Ja, du hast zu. Superplan. Aber wunderst du dich denn gar nicht? Du musst doch eine Million Fragen haben. So. Ja, na gut. Ach so, ja. Na gut. Wer bist du überhaupt? Mein Name ist Mac Chronicle. Ich arbeite an der Schrotthandels-Uni in Porta Rustica. Du bist Professor? Wofür? Für alberne Kopfbedeckungen? Mein Fachgebiet ist Temporalphysik. Ich untersuche Anomalien auf der vierten Achse der Raumzeit. Tatsächlich? Da kannst du mir ja sicher eine zeitbezogene Frage beantworten. Gut, möglich. Wann, lieber Mac Chronicle? Ja? Wann? Wann habe ich dich nach deiner Lebensgeschichte gefragt? Äh. Ja, hab ich. Gut, okay. Was treibst du da eigentlich? Ich suche nach Zeitanomalien. Toll, du hast eine gefunden. Ich will ja nicht prahlen, aber ich bin geradezu eine Singularität. Meine Anzeigen sprechen eine andere Sprache. Ignoranzösisch. Ich rede hier von Zeitspliss. Eine ernste Sache. Es ist wie Schluss. Oh ja, hab ich auch. Zeitspliss manchmal. Ja, ja. Also meine Haare sind gesund und kräftig bis in die Spitzen. Der Quantenschaum kocht geradezu. Irgendwas Schlimmes ist passiert. Und vielleicht wird es sich bis in alle Ewigkeiten wiederholen. Du klingst wie meine Freundin Toni. Was ist denn aus kein Kontakt geworden? Dafür ist es nun zu spät. Das Unaussprechliche ist eingetreten. Aber wir können das Ungeschehen machen, wenn wir meinen Plan befolgen. Gummistiefel wieder in Mode bringen. Unfug. Ich meine... Die Zeit zurückdrehen. Hörst du auch immer dieses seltsame Dröhnen? Was ist die Quadratwurzel aus 237.169? 487. Aber ich meinte eigentlich eine andere Art von Frage. Eine, deren Lösung nicht so offensichtlich ist. Ich weiß. Richtig. Das kann ja nun wirklich jeder aus dem Kopf. Hm. Na gut. Wie meinst du das? Die Zeit zurückdrehen? Wie ich es sage. Ich habe ein Gerät erfunden, um Unfälle zu vermeiden, nachdem sie geschehen sind. Es speichert einen Zustand der Raumzeit ab, bevor ich rückwärts einparke. Also du hast eine Zeitmaschine erfunden und benutzt sie als Einparkhilfe? Du bist ein vierdimensionaler Waschlappen-McChronicle. Eigentlich sollte ich sie gar nicht benutzen. Man stelle sich vor, diese Technologie würde in unverantwortliche Hände geraten. Oh ja, das wäre schlimm. Ähm, wo schalte ich das Ding ein? Ich hätte niemals hierher kommen dürfen. Ein Fehler, der sich ja leicht korrigieren lässt. Indem ich an dieser Kurbel hier drehe? Nein, warte! Tati, tata, lassen Sie mich durch! Ich bin Prophet! Hä? Was kribbelt denn da so auf der Fontanelle? Ist das etwa die synaptische Sensation, mich an Dinge zu erinnern, die noch gar nicht passiert sind? Hallo, Mr. Rufus. Hm, was? Moment, ich kenne dich! Du bist McCron-Nickel! McCronk. Aber, das hieße ja... Du kannst dich erinnern? Na und ob? Du hast die Gläser kaputt gefahren! Verdrüffend! Nicht halb so verblüffend wie deine Popelbremse. Aber, apropos verblüffend. Wie zum Kehricht ist das alles nur möglich. Wir reden gleich drüber. Hm, möglich? Kannst du mich bitte zuerst einweisen? Ich will meinen Vorpaar von eben nicht wiederholen. Du meinst den von gleich? Nein, ich glaube, es wäre jetzt bereits eben gewesen. Himmel, das könnte wieder einer dieser Tage werden. Bist du bereit? Ach, was soll's. Gib Gummi! Ähm... Hey Toto, grüß dich! Ach nee, warte mal, ich bleib mal kurz weg. Ich glaube, den muss man jetzt mal hier putzen. Kommen? Ja! Ja, 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 ja! Ah! Stopp! Na nu? Da war doch eben noch ein Elefant. Hier geht heute etwas vor, wovon sich unsere Schulweisheit nichts träumen lässt. Ah nee, ich bin schon wieder! Ah nee! Wado? Armin, das meinst du mit rosa Elefanten, oder? Ich hoffe, seine Probleme mit dem Rückwärtsgang beschränken sich nur auf die Raumdimensionen. Hm. Nee, der hat anscheinend noch mehr Probleme, der K. Nein, ich will eine Elefantenfalle bauen. Kein Fallstrick für Rollatorpiloten. Wer hat jetzt was von einer Elefantenfalle gesagt? Nein, ich bin nicht das nächste Mal. Hm, okay. Ähm. Jetzt hat er jetzt schon wieder die Gläser kaputt gefahren. Ich geh kaputt. Ja, tschuldigung, du kommst und es geht was kaputt. Keine Sorge, das ist eben schon mal kaputt gewesen und dann war's wieder vor kaputt gewesen und jetzt ist es nach kaputt gewesen. Also ist es jetzt eigentlich vorhin, aber vorhin ist quasi jetzt. Und damit ist eh alles okay. Also das liegt nicht an dir. Ja, du hast super die Gläser umgefahren. Du hast die Gläser wieder umgefahren. Warum hast du nicht Stopp gerufen? Ich war abgelenkt. Apropos, du hast nicht zufällig einen rosa Elefanten gesehen. Hast du getrunken? Eigentlich reichlich. Aber es verträgt sich wohl nicht mit den Medikamenten. Kommt mir auch so vor. Hm. Meine Reflexe sind weit unter Norm. Sonst wäre mir nie durch die Lappen gegangen. Wo versteckt sich dieses Mistvieh nur? Ich weiß nicht. Vielleicht hier oben. Da waren wir ja noch nicht. So, jetzt gucken wir mal weiter. Was haben wir denn? Wir haben hier noch... Aha. Okay, hier oben ist wieder Elysium. Alles klar. Neilbot. Wollte schon sagen, ne? Hier unten. Das sieht ja aus wie Arme. Also da und da wie Arme. Achso, äh, Moment. Okay. Hier oben ist ja Elysium. Und ich zeige hinter meinem Bild. Ähm, ja. Also hier oben ist Elysium. Hm. Interesting. Okay, also wir sind deutlich... Also wirklich, ne? Deutlich vor dem ganzen Mist, der hier passiert ist. Mal runter. Eine Maschine, die nichts tut. Na, die darf sich nicht wundern, dass sie auf dem Müll gelandet ist. Hm. Hier fehlt wohl ein passendes Gefäß. Aha. Hm. Hier fehlt wohl ein passendes Gefäß. Aha. Hm. Gut, da fehlt anscheinend ein passendes Gefäß. Ich weiß es aber nicht so genau. Gott, hier... Und hier in dem Wirrwarr sollen wir Mützen finden. Ich glaube, ich gehe kaputt. Was geht nur gerade in ihm vor? Ich hoffe, nicht die innere Uhr. Oh. Ufus, ich hatte heute schon Kopfschmerzen. Du musst jetzt nicht wieder neue dazu bringen. Das tut echt nicht in Not. Ich glaube, das hier ist der gleiche Weg wie da hinten rum. Wir müssen mal kurz gucken. Okay, wir haben die Knicker vorher und den Schrott. Ist jetzt nichts hier neu hinzugekommen, ne? Das sieht alles gut aus. Okay, ne, dann lass uns mal... Dann lass uns mal hier hochgehen. Hier ist auch erstmal nichts neu. Ne. Ja gut, der Gashebel, aber das wird uns ja jetzt hier noch nicht viel bringen. So, dann gehen wir mal da hoch. Soll das da ein Elefant sein auf dem Schild hier? Oh, nie wieder. Ha, gesaufte Hacke. Nie, nie wieder. Was mache ich mir vor? Alles kommt irgendwann zurück. Da ist es ja. Jux. Auf Tuck ist immer Verlass. Zumindest, wenn es darum geht, pünktlich zur Sperrstunde durch den Ort zu torkeln. Ho, ho, Tuck. Oh. Dir auch einen schönen Tuck-Tag, äh, Tuck-Tuck. Die letzte Plörre war schlecht, was? Es ist doch immer die letzte Plörre, die schlecht ist. Vielleicht weißt du einfach nicht, wann es Zeit ist, aufzuhören. Weißt du das etwa? Ja, wenn's am schönsten ist, dachte ich. Ha, viel Glück, Kumpel. Der Kru geht so lange zum Munde, bis man bricht. Glaub mir, es ist immer die letzte Plörre, die schlecht ist. Welchen Tag haben wir? Und ich dachte, ich sei betrunken. Hörst du die Musik nicht? Es ist natürlich Grill-Donnerstag. Grill-Donnerstag? Welches Jahr? Äh, äh, alles gut bei dir, Rufus? Ach, geht so. Ich hatte einen seltsamen Traum. Ich habe eine Illusianerin kennengelernt und mit ihr zusammen Deponia gerettet. Nur um es letztlich doch selbst in die Luft zu sprengen. Aber Grill-Donnerstag in Uwak, das hieße ja, nichts von all dem ist je passiert. Der schwimmende Schwarzmarkt, Bozo, Doc, das kann einfach nicht stimmen, dass das einfach alles nicht stimmen kann. Meine Fans rasten aus, wenn sie erfahren, dass meine Abenteuer niemals stattgefunden haben. Und schlimmer noch, die wollen ihr Geld zurück. Hä? Was für Fans. War aber trotzdem schön. Bist gut im Vormachen anscheinend. Weißt du, wo ich Toni finde? Sie ist in Lonzos Kneipe. Unfassbar, dass sie mich in Schnapp den Schnaps geschlagen hat. Bei Lonzo? Da muss ich ja einmal quer durch die Idiotenparade. Auch ein Grill-Donnerstags-Muffel? Kann ich gut nachvollziehen. Glücklicherweise wird man nicht zum Square Dance aufgefordert, wenn man Kotze am Mundwinkel hat. Ach, na dann, auf geht's. Kennst du dich mit Visionen aus? Meinst du sowas wie Rosa-Elefanten? Ich dachte immer, das sei nur ein dummes Klischee. Aber heute läuft hier tatsächlich einer rum. Pah, Rosa-Elefanten kann doch jeder. Ich habe die Zukunft gesehen. Schön für dich. Ganz im Gegenteil. Es wird furchtbar werden. Wahrscheinlich hast du recht. Mir graut auch bereits vermorgen. Wett, es könnte sein, dass das die Stimme vom Barkeeper bei Edna ist. Zumindest teilweise ja, wenn man jetzt noch mal hinhört. Könnte stimmen. Du solltest mit dem Trinken aufhören. Das Aufhören ist nicht das Problem. Es ist das Wiederanfangen, das ich einfach nicht bleiben lassen kann. Ich habe den Rosa-Elefanten auch gesehen. Wirklich? Ja. Ein lästiges Exemplar. Er lenkt mich jedes Mal ab, wenn ich Tonis Gläser retten will. Das heißt ja, ich bin doch nicht bescheuert. Ich würde hier keine vorherigen Schlüsse ziehen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, Tuck. Jojo, ich bin so verwirrt. Jo. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ich, äh, ich habe auch noch keine so richtige Ahnung, wo wir hier eigentlich gelandet sind und wie. Aber, ja, anscheinend sind wir jetzt in einer Zeit vor dem ersten Deponia-Teil. und wissen aber von allem, was passiert ist. Weil wir denken, dass es ein Traum war, aber es könnte auch eine Zeitreise gewesen sein. Und jetzt geht's gerade um rosa Elefanten, ja. Ich muss verhindern, dass die Zukunft aus meiner Vision Wirklichkeit wird. Das müssen wir auch, ja. Hilf zuverlässig. Selbst gegen hartnäckigste Zukunfte. Hilfst du mir, den rosa Elefanten zu verscheuchen? Ist bereits weg. Ich meine ja auch nicht jetzt, sondern... Wohin? Du willst, dass ich dir helfe, einen Elefanten aus deiner Vergangenheit zu verscheuchen? Bin der, dann das. Genauso geht es mir mit meiner Frau Trudi. Meine Strategie? Ich trinke, um zu vergessen. Tja, vollkommen falsch. Der Trick ist nämlich, sich zu erinnern, wenn sich die Zeit wiederholt. Hä? Wie soll ich mich denn an etwas erinnern, das noch gar nicht passiert ist? Ach, das ist doch katzenleicht. Man muss nur... Tja, wie funktioniert das eigentlich? Ich sollte vielleicht Mac Chronicle danach fragen. Tu das. Ja. Ich finde einen Weg, dass du dich erinnerst. Aha. Ich sollte vielleicht Mac Chronicle danach fragen. Tu das. Bleib senkrecht. Mach mir ne Skitsche. Okay. Pst. Mich nicht erwischt gerade, ne? Nochmal warten dann nachher. Okay. Bringt nichts, wenn ich die Sachen anklicke. Okay. Naja, in diesem Spiel weiß man nie. Oder ist eigentlich die Zeit nach der Explosion, in der das Bewusstsein von Rufus sich in der Quantenebene verloren hat und revidieren lässt, was vor der Zeit mit Go passierte? Ah, ganz steile These. Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Jojo ist komplett verwirrt. Sehr schön. So muss das sein. Gut, äh, ja. Aber ich würde sagen, das Befragen machen wir erst in der nächsten Folge. Ähm. Okay, also wir haben einiges zu lernen. Wir müssen jetzt erst mal uns irgendwie wieder zurechtfinden hier. und dann schauen, dass wir es irgendwie hinbekommen, erst mal zu erfahren, was hier eigentlich passiert ist. Vielleicht kann uns ja dieser Mac Chronicle wirklich dabei helfen. Also nicht einfach bloß immer so da rum dastehen und, äh, unsere Gläser kaputt fahren, sondern vielleicht kann er uns wirklich dabei helfen, herauszukriegen, was passiert ist und ob wir vielleicht durch den Absturz und durch das, was danach passiert ist und dann auch durch die Explosion der ganzen Bomben letztendlich in es geschafft haben, eine Zeitreise auszulösen und aber gleichzeitig unser Gedächtnis zu behalten. Und daher erinnern wir uns an alles noch. Weiß es ja nicht. Äh. Na gut, aber wie gesagt, das schauen wir uns dann an. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.